Wir sollten uns deine Regelung einfach lassen. Wir haben bereits eine Regelung getroffen. Deine Seite der Stadt endet an meiner Eingangstür. Viele ihrer Mitgefangenen bilden sich ein, dass sie vielleicht berühmt oder berüchtigt werden, wenn sie sie beseitigen. Sie können mir mit gar nichts mehr Angst machen. Das macht mir Angst. Ihr Sohn Ricky ist gerade eingeliefert worden. Beihilfe zum Mord. Siebeneinhalb Jahre. Ich bin so vor, dich zu sehen. Du bist mein Sohn und ich sorge dafür, dass dir nichts passiert ist. Es ist Ende der Woche. Dann sag ich, wo es weiter nochmal lang geht. Dieser JD-Junge ist ein Killer. Das sehe ich in seinen Augen. Meine Sünden haben mich letztendlich eingeholt. Ich höre Trommeln in meinem Kopf. Ich lebe im Urwald und höre Trommeln. Die Trommeln sprechen zu mir. Ein Sturm zieht auf Baby und du kannst nichts dagegen tun. Leben heißt die Wahl. Trefft die Richtige. Ich bin derjenige, der das meiste zu verlieren hat. Es ist mein Sohn, von dem wir hier reden. Wir reden von meinem Sohn.